Hallo, ich bin Luke. Hier, Segment. Hallo. Ui. Warte, das war's? Hä? Das war's. Könntest du mir nicht zeigen, dass das war? Ah, ne, war es noch nicht. Tja, irgendwie glaub ich, das glaub ich doch. Nein, besorge ein Ei, habe ich. Gesicht, dass du eine freie Stasis-Kammer hast, habe ich. Keine aktiven Haussier, habe ich aber lange einen Inkubator. Lange einen Inkubator-Energie-Kern-A habe ich noch nicht. Machst du was für eine neue Brücke, oder wie? Ja, ich mach das. Ich hab nicht mal die neue Quest zahlt, ich hab wirklich nur Force-Preis gemacht. Und jetzt, ja. Frage mich, wie ich die neue Story-Mission freischalte. I've got the moonwalk. Du, 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 du. I am the master of the dance battle. Warte, was brauche ich? Habe ich schon vergessen, ich bin so intelligent. Uah. Vor allem, das Spiel erklärt's halt so. Ich brauche einen Inkubator-Energie-Kern. Und für was brauchst du das genau? Um mein Kubra-Ei auszuprüten. Aha, und was willst du mit dem Ei? Dann hab ich ein Kubra. Und? Und? Ach so? Und hast du dein erstes kleines Haustierchen? Ja, geil. Hä, wo ist der? Wo ist der Inkubator-Energie-Kern? Und? Huiiii. Das haben wir. Ja, Moonframes sind natürlich alle Premium-Zeug. Na, Kampfwaffenbett. Ich kann nur den Buchstab kaufen. Ach so. Ja, hätte gewonnen. Ich fehl' hier keinen Inkubator-Energie-Kern. Hehehe. Warte Hölle. Ja, ganz ehrlich. Daran sollten ihr arbeiten, dass das Zeug mal ein bisschen verständlich wird. Weil die Hälfte nicht von erfahreneren Spielern erklärt werden muss. Hab ich den etwa schon? Ah ja, die Poltour. Nicht, dass ich wüsste. Ja, zugeben, sie ein niceres Look. Vor allem aber klingt sie geil. Karak. Sieht auf dem Markt im Herr- äh, erhältlich am Arsch. Hehehehe. Ah ja, der Markt. Kann man da Ressourcen kaufen? Das wär' nicht fair. Und was dürften die dann auch überteuert sein? Aber einfach die Möglichkeit wär' cool, statt einfach random zu hoffen. Das sind einfach Pakete und Kosmetika, so wie ich das sehe. Relikt-Pakete. Oh doch, ich hab's gefunden. Das ist ja super. Jetzt brauch ich nur noch Nanosporen und Argon-Kristalle. Geil. Und das ist alles, was man braucht, um ein Lebewesen zu craften. Und wo setzt man dann sowas ein? Und wo setzt man dann sowas ein? Ich würde mal sagen, dass... Das Zeug muss jetzt noch irgendwo finden. Also machen wir die nächste Quest. Super. Einmal erwacht. Abgefangene Komuni-Gees haben enthüllt, dass die Grineer mit einer Biowaffe explodieren. Wir benötigen Informationen. Ja, hab ich ausgewählt. So wie es jetzt aussieht, spielt man aber, glaub ich, wirklich nur zu zweit. Oh, Lotus. Beunruhigende Nachrichten, Tanner. Wir können ein verstörendes Grineer Kommuniqué abfangen und teilweise entschlüsseln. Ein Grineer-Wissenschaftler namens Sangus behauptet, eine Art von Bierwaffe entdeckt zu haben. Wir haben kaum Details, aber die Nachricht wurde von M' ausgesendet. Du musst dich dorthin begeben. Okay, wo ist M'? M'? Hier, komm, komm, hier X. Hallo, hier X. Ähm... Ich weiß, wo V' ist. Auf der Venus. Ja. Wo ist M'? Äh... Auf der Erde ist es wohl nicht. Hier ist eh Prime. Ah, dann ist es wohl auf der Merkur, ne? Auf dem Merkur. Auf dem Merkur. Merkur, Odin, Tolstot, Zusei, Apollodorus, Lares, Byrtus, Terminus. Ah, untersuche die Biowaffe. Vielleicht sollte ich... Einmal erwacht, untersuche die Biowaffe, hä? Würde ich mal sagen. Los geht's. Okay. Äh... Warte mal, welche Stufe stand da? Hab ich schon vergessen. Glaub ich 7 bis 11. Okay. Aber eben... Ist ja ein bisschen doof, dass das irgendwie nur da ist, um mit dem anderen zu spielen. Gameplay-technisch wird's höchsten Sinn machen. Spiele... äh... ...Missionen zu machen, die man... ... selber nicht packen könnte und die dann einem durchcarryen lassen. Wie man selber aufsteigen kann. Siehst wieder fabelhaft aus. Was ist das? Irgendwelche Fungi. Bist du sicher, dass das Pilze sind? Boah. Nein, bin ich nicht. Oh, da ist wer. Ein Voltaire-Läufer. Ich glaube nicht. Oh. Tag auf. Wo... Wo geht's eigentlich hin? Wir müssen doch da hinten hin. Ja, aber hier ist... äh... Loot. Hier ist geiler Loot. Hier ist Ende. Also gehen wir jetzt Richtung Objektiv. Oh. Ja. Watt! Was? Hättest du das sehen sollen. Das Ding ist voll... ist völlig ausgepackt. Es ist runtergefallen. In den Abgrund und nachher hat sich's wieder hochge... äh... gekämpft. Okay. Oder besser gesagt, gepackt. Ich geh dahin, wo wir wahrscheinlich hin müssen. Hier ist noch was. Ein paar Credits. Wow. Ernsthaft, sie haben gerade einen Alarm ausgelöst. Ah, super. Wie soll ich das super? Ich gehöre das Geschlecht gesparen. Soll ich ihn deaktivieren? Ich hab da gerade einen. Ich hab ihn schon. Okay. Alarms have been reset. Okay. Wo ist jetzt eh? Wir wissen eh, wo wir sind. Ja. Ahja, cool. Da. Da. Also ob sie immer es nicht wissen, wo wir es hin. What's happened? So. Wie. Hä? Was bist du, Fisch? Hier, geh mal weg. Oh, was ist das? Okay. Kannst du offenbar nicht töten. Ey, Loot. Loot, 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 Loot. Get the Loot, Loot. Kann ich da rauf springen? Ey, können wir. Ist einfach mega unnötig. Ja. Ist der Ding wo? Hier. Arsch. Der Welt. Ah, hallo. Oh, oh. Kommst du zum Abzug? Ja. Und hoch damit. Okay. Sektikler. Oh ja, let's move out. Ja. Sieht so aus. Oh. Vielleicht... Oh, da hoch. Ja. Ja. Ich bin wieder zu unfähig, um da hoch zu gehen. So, jetzt hab ich's. So. Weißt du was? Ich brauch was gewagt. Oho. Oh. Ich spür die Badassery. Oh, er ist schon tot. Ich spüre die Badassery. Wow. Deine Badassery ist mega. Ich hoffe man hört diese Katzen. Oh, Alter wie zu schmatzen die hier. Schon wieder Jungs. Hier ist halt langweilig. Ist das euer Mega-Move zu Spezialfähigkeit? Alarm! Ja. Gegner setzt Alarm ein. Es ist nicht sehr effektiv. Tut mir leid. Alarm wurde deaktiviert. Okay. So. Override successful. Let's get going. So. Da-da-da-da-da. Huiiii. Jetzt muss man lassen. Das Spiel hat... ... das ist vielleicht ein geiles Move. Geiles Move. Ja, was? Ich glaub ich muss den Alarm auch noch abschalten. Jetzt ist ja immer die Goldene... Die Goldene Rieke hier sehen wir. Einmal... für die tür die öffnen willst und einmal für den alarm jedoch nicht hast du es gemacht ja ich habe noch schnell ok hallo steuermodule hallo du komisches ding wie hier alles platzt eh gehst du zu a zu b oder gehen wir zusammen was ich gehe mal zu b ist okay geht so ab wie immer schön kärle doch was hallo herr sturmsoldat möchten sie bitte gestürmt werden witzig haa löffern i so ok a ist offenbar hier komme ich da rein hallo ok a existiert offenbar ich stehe auf b was zur hölle auch hier oder muss jetzt mein stockwerk tiefer was für eine mission was für eine mission ich bin hier in der region a soll ich studier kommen traust du dies nicht zu ich werde ich checke hier mal die lage ok was ist das hier schon sieht es aus wie ein riesiger abgrund halt ich bin noch am erkunden sicherheitssystem hackt jetzt habe ich auch mal gemacht Was zur Hölle passiert hier gerade? Ah toll! Hä wo muss ich hin? Nein! Kein Alarm! Oh! So! Das Ding war offenbar tatsächlich ein Biest, aber es konnte alle abschlagen. Hauptsache. Ach komm, geh doch weg. Bin ich dumm? Okay. Ich muss da rein. Okay, da gehts offenbar lang. Äh. Okay. Ja. Schaff ich das von den Hunden? Oh. So. Okay. Ich geh das jetzt weg. Es geht weg. Ey das. Ich bin drin. Ich bin auch drin. Abgesehen davon, dass wir wie viele Leute erschossen haben, werden sie nicht bemerken, dass wir ihre Daten geklaut haben. Macht Sinn. Ja. Gut, die werden vielleicht, vielleicht werden sie nicht bemerken, dass die Daten fehlen. Äh. Ich mein, die Toten werden jetzt nicht sagen, oh, du hast unsere Daten geklaut. Okay, sie nehmen an. Wir sind einfach gekommen und haben irgendwelche von ihnen umgebracht. So ganz ohne Grund oder Motivation. Geht den Tenno! Infestigt. Das sollte nicht möglich sein. Tenno, es ist mehr wichtig, als immer, dass du deine Mission fertig bist. Wir müssen wissen, was hier passiert ist. Okay, jetzt müssen wir nur noch C. haben. Machen. So. Ich geh Richtung C, wir treffen uns bei C. In Ordnung. Unterwegs. Was läuft falsch mit dem? Theoretisch hast du doch eigentlich alles hier getötet. Wieso kommt mir dann auf jeden Fall nicht gegen? Geiles Spiel. Ich hab doch noch nicht ausgedacht. Ich hab alles getötet. Manchmal hab ich keinen Bock zu töten, dann renne ich durch. Ich mein, ich bin jetzt keinen schon wieder tötener Gut-Charakter. Ich bin einen schon wieder töten, langsam jetzt aber langweilig, Charakter. Schon wieder töten. Okay. Sieht glied aus. Oh, siehst du. Oh, siehst du. Ah, hallo. Weißt du, bist hier? Nee. So. Wieso soll ich den Nachzug rufen? Wir rufen nicht gerne nach Runterspringen. Hopp. So. Oh, bist'n Budi. Bei Credits. Hä? Ich habe mich nicht mehr auf keinen Plan. Kein Alarm für dich. Tut mir leid, Sturmsoldat. Okay. Okay. Okay, Kabe, hui. Huiiii, töten. Bist du direkt hinter mir? Ich glaub das Gefühl du kommst näher. Ja. Ich seh dich. Ich hoffe ich kann, nein natürlich kann ich nicht. Was kannst du nicht? Ich kann nicht über diesen Zaun. Das wär ja zu viel verlangt, ne? Execution amuuu. Yay. Also hier werde ich definitiv nicht streuen. Vielleicht hier so. Okay, warte mal. Ich bin irgendwo am Umhersteilfen. Hab ich auch keinen Plan was ich hier mache eigentlich. Ja, ich hab auch nicht mehr so großen Durchblick, wer es dich tröstet. Ich hab irgendwas gehackt. Das gefällt mir ganz gut. Könnten wir eigentlich gehen, oder? Was? Wenn wir diese Infos haben, die wir braulen. Wenn wir, sobald wir die haben. Ja, haben wir aber noch nicht. Okay. Bisschen verritzt. Wunderwegs. Ist gut für die CD. So weißt du was? C machen wir im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Eulut. Eulut.